Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ja, der nächste Weekend League steht an, ich will auf jeden Fall so konzentriert spielen wie beim letzten, also mein Spiel insgesamt hat mir eigentlich gut gefallen. Auch was das Emotional angeht, habe ich mich wenig emotionalisieren lassen, aber ich will bissiger sein. Ich will einfach auch die allerletzten Prozente rausholen, auch wenn ich 1-0 oder 2-0 führe, dass ich einfach dranbleibe, bissig bleibe. Das hat mir, glaube ich, gefehlt letzte Woche, deswegen dann doch wieder nur die 16 Siege. Und mein Gedanke geht jetzt ehrlich gesagt doch dahin, dass ich mir wohl ein Team um Mané bauen werde. Das hat verschiedene Gründe. Erstens haben wir eigentlich alle geraten, ich soll es machen, weil der Typ so overpowered wäre, da würde es so abgehen. Er würde im gegnerischen Team mega nerven, die, die ihn gespielt haben, sagen, der ist so krass, wenn man ihn spielt. Er ist halt fast 400.000 wert, also das ist halt einfach etwas, das man nicht auf der Bank versauern lassen sollte, denke ich. Und ich habe mir mal die Premier League angeguckt und mir so ein theoretisches Team gebaut. Es wäre gar nicht so teuer, also man, also klar, es gibt zu viele mega krasse Spieler, die mega teuer sind in der Premier League, aber man kann auch mit relativ wenig Geld ein ziemlich gutes Team bauen. Also da gab es schon einige interessante Spieler, muss ich zugeben. Und ich werde jetzt wahrscheinlich diese Aufnahme noch machen, also noch zwei Spiele jetzt spielen. Da kann ich dann logischerweise Mané nochmal testen als Einwechselspieler. Und danach werde ich wahrscheinlich mein League A Team verkaufen. Das hat dann auch volle Fitness, wenn die jetzt noch zwei Spiele Bundesliga machen, haben die alle volle Fitness. Werde wahrscheinlich mein League A Team verkaufen und mir ein Premier League Team bauen. Also ein richtiges, also ein richtiges Premier League Team bauen. Das wird interessant, das wird sehr, sehr interessant. Ist Tauvin dabei, ja. Das wird sehr, sehr interessant. Ich hoffe, oder ich glaube, denke, dass ich dann auch mehr Bock habe, mit der Premier League zu spielen, weil dann habe ich erstens ein besseres Team, was ich mir jetzt zusammenbaue und zweitens sind da auch ein, zwei Spieler dabei, auf die ich einfach auch richtig Lust habe, sie zu probieren. Und welche genau das sind, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich will jetzt nicht so viel von wegnehmen. Aber es gab halt auch den ein oder anderen Spieler, in der Premier League, wo ich gedacht habe, was, der kostet nur so wenig, wie krass ist das denn? Dann gab es aber auch wieder andere Spieler, wo ich gedacht habe, was, der ist so teuer, wieso das denn? Okay, er hat ein Movember drin, drei Foot Champions, insgesamt natürlich ein gutes Team, aber ein 73er Silberner Linksverteidiger, interessant. Aber ja, erstmal ein recht starkes Team, wir gucken mal, wie der Gegner spielt. Aber wenn ich gut spiele mit Mali, der gerne Tore macht, nicht auf Konter. Zum Netze, wie gesagt, die Bissigkeit, nicht emotional werden, wenn ich 1-0 hinten liege, wenn ich 2-0 hinten liege, scheißegal. Bissig bleiben, wenn ich in Führung gehe, bis zum Ende durchziehen und die Konzentration bis zum Ende hochhalten. Scheint wieder jemand zu sein, der gerne... Oh, schwacher Pass. Ja, das wäre jemand zu sein, der gerne aggressiv auf den Ballführer rennt, teilweise. Oh, geil, der macht es dann doch gemixt, wie es aussieht. Okay, bisher bin ich leider nicht durchgekommen. Okay, also muss ich konzentrieren, der Gegner scheint schon mal nicht so schlecht zu spielen, wie es aussieht. Da sollte der Ball natürlich nicht hingehen. Ach, das muss... Es muss eigentlich ein Tor sein bei ihm. Krass, dass Fernmann den hält. War aber auch wieder ärgerlich, dass er sich da doch relativ einfach durchkombinieren kann. Aber Fehler war halt dieser blöde Aufbau... Dieser blöde Aufbaufehler, der nicht hätte passieren dürfen und ich habe halt auch nicht dahin passen wollen. Also das war halt wieder eher suboptimal gelaufen. Jetzt gehen wir mal mit Reus durch. Aber wie gesagt, eigentlich muss es hier 1-0 stehen. Das Ding muss er eigentlich rein machen, ne? Okay, Vidal ist dann reaktionsschneller, ist natürlich ein Lackertor. Ähm, haben wir Glück, dass das dann so läuft für uns. Aber jetzt ist wichtig, ist scheißegal, dass Glück war. Es steht 1-0 für uns. Jetzt nicht verwalten, versuchen ein 2-0, ein 3-0 zu machen. Der Gegner wird jetzt mental angefressen sein. Er wird angepisst sein, dass er seine Chance nicht nutzt. Dass wir hier glücklich an den Ball kommen, dass wir hier nochmal glücklich den Abpraller bekommen. Von daher... Er ist jetzt mental auf jeden Fall angearscht. Und das müssen wir jetzt einfach ausnutzen. Jetzt müssen wir einfach noch einen nachlegen und ihn zerstören. Und vielleicht bricht er dann sogar schon ab, wenn wir jetzt noch so ein Tor schießen. Deswegen dranbleiben, wichtig. Abseits. Ich wollte schon sagen, es muss doch Abseits sein. Boah, krasser Pass von Nidal. Schade, dass wir da nicht zum Schluss kommen. Es hätte das 2-0 werden müssen. Also wenn wir zum Schluss kommen, ich meine, ich kann nicht alles verhindern, dass zum Beispiel der Gegner an den Ball kommt. Gut gemacht von Sokrates. Wenn der passend Tick eher kommt, wäre auch kein Abseits gewesen. Gut gemacht von Vidal. Das darf halt nicht passieren, dass Lukaku wieder so ablaufen kann. Tick zu weit. Aber dann macht er glücklicherweise einen Fehler. Schade. Aber wir holen hier immerhin in der Situation, wo eigentlich der Ball weg war, durch einen Fehler vom Gegner die Ecke raus. Und jetzt einfach mal das zweite Tor machen. So, in der Mitte gefällt mir wieder nicht so gut. Müsste ich relativ weit flanken. Deswegen versuche ich mal wieder auf den kurzen Pfosten. Oh, fuck. Wäre ich noch nicht rangegangen. Wobei, er kam ja vom eigenen Mann, dann wäre es eh Einwurf für den Gegner gewesen. Sein Aufbauspiel ist halt schon nervig, weil das relativ schnell macht. Und überlegt aber gleichzeitig auch. Gut gemacht von Vidal. Gut gemacht von Bentalab. Jetzt hat er auf jeden Fall mehr Fehler drin. Schönes Ding auf Reus. Scheiße. Der muss natürlich rein mit Mali. Ich wollte ihn halt nicht flach schießen. Ich dachte, normal ist vielleicht besser. Aber ich glaube, ein Flachschuss wäre in dem Fall besser gewesen als ein normaler Schuss. Das muss halt das 2-0 sein, logischerweise. Ja, das hätte das 2-0 sein müssen. Ich glaube halt... Schade, dass Mali den nicht macht. Ich glaube halt, ich muss da den flachen Schuss nehmen. Schade. Mist. Können wir nichts machen. Aber weiter so spielen, weiter Chancen erarbeiten. Da geht noch ein bisschen Glück. Sehr gut für den Pisscheck. Das hätte ich direkt beißen müssen. Mist. Oh, da hat er sich fast vorbeigesetzt. Oh, Vidal. Mach ihn doch rein. Hier hat er auch wieder Glück. Glück ist er, weil ich bei Müller landet. Schöner Schuss von Vidal. Und leider... Ja... Ist der nicht drin. Also 2-0 wäre auf jeden Fall verdient. Aber egal, dranbleiben. Schön gemacht von Sokrates. So, ich glaube, jetzt können wir auch langsam wechseln. Reus ist auch ziemlich aus der Puste. Dembele, okay. Aber ich denke, Ribery und nah, wobei, wobei, ich glaube, den Dembele lasse ich erst mal. Deswegen werde ich nochmal näher hin wechseln. Dann will ich eh auf links spielen. So, Reus wird jetzt wahrscheinlich nicht viel reißen in diesem Sprint. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, schlecht von mir getribbelt. Das hat leider gut antizipiert. Fällt mir gerade ein. Ich bin gar nicht defensiv. Hat er schon lange gedrückt. Er macht leider nichts. Oh, ich... Voll Idiot. Zum Glück habe ich es dann doch noch irgendwie hinbekommen. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Das 2-0 reicht bei denen bestimmt aus, damit er abbricht. Es ist meinesfalls absolut verdientes 2-0. Aber am Ende habe ich dann... Es war trotzdem rausgespielt. Das 2-te Tor. Aber es hätte ich vorher natürlich besser machen müssen. Oder können. Anstrengendes erste Spiel. Aber eigentlich lief das Spiel genauso, wie ich es gebraucht habe. Oder nicht wie ich gebraucht habe, sondern wie ich es wollte. Gegner hat die Chance nicht genutzt. Ich habe meine Chance eigentlich ganz gut genutzt. Ich bin dran geblieben. Wachsam geblieben. Und habe ein Spiel, was denke, wenn ich wirklich nur ein Tick schlechter spiele, deutlich knapper ausgehen kann. Habe ich eigentlich relativ klar dominiert. So. Und so muss ich halt weiterspielen. Manni hat sich auch wieder gut angefühlt. Auch wenn er jetzt in der 1-Situation leider verkackt. Wie gesagt, ich erwarte eigentlich, dass er das Tor trotzdem macht. Auch wenn ich nicht den richtigen Abschluss wähle und dann normal schieße. Aber man muss sagen, ich hätte wahrscheinlich eher den Flachschuss wählen müssen. Und jetzt hat er ja auch wieder die Vorlage gemacht. Hätte eher den Flachschuss wählen müssen als den normalen Schuss in der Situation. Aber ich denke, es ist generell besser, lieber einmal zu oft den normalen Schuss gewählt zu haben als den Flachschuss. Weil für den Flachschuss brauchen meiner Meinung nach die Spieler erstens einen Tick länger. Und hä? Die rote Latenz kommt aber jetzt nicht von mir, oder? Wir haben doch gerade eben ein normales Spiel gehabt. Ja, also wie gesagt, für den Flachschuss brauchen die Spieler meiner Meinung nach tendenziell länger. Und es gibt einfach Situationen, wo es nicht funktioniert. Wo man nicht aus den Situationen gut schießen kann mit einem Flachschuss. Gerade mit weniger Ballkontrolle oder so. Und der normale Schuss, der hängt halt auch einfach stark mit dem normalen Abschlusswert zusammen. Klar, der Flachschuss auch, aber ich denke, der normale Schuss verzeiht halt eher eine ungünstige Abschlusssituation. Wieso bekommen wir denn ständig einen Gegner zugelost, der eine schlechte Latenz hat? Und der Spieler, der eine gute Latenz hat, der wollte nicht weiterspielen. Danke. Was ist denn los mit euch? Hallo? Warum ich auch gespannt bin, wenn ich dann jetzt doch die Premier League spiele, ist, ob Geld übrig bleibt. Also ich werde jetzt den Großteil der League A-Spieler halt verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich mich mit irgendwelchen hinterm Berg halte, weil ich nicht genau 100% einschätzen kann. Ich meine, ich könnte es auch ausrechnen, wie viel Geld brauche ich, wie kommt es zusammen, gutes Team übrigens. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich werde einfach zum Großteil alle verkaufen. Dann bin ich gespannt, ob Geld übrig bleibt, aber ich glaube es nicht. Zumindest nicht viel. So, aber jetzt wieder Konzentration auf das Spiel, auf den Gegner. Eigentlich so spielen wir gerade eben, vielleicht noch einen Tick besser im Abschluss. Das zweite Tor hätte ich besser ausspielen können und das erste Tor, äh, und die zweite riesige Chance, das hätte halt ein Tor sein müssen, von daher... Nicht Konter, Ballbesitz, vielen Dank. Und die billige Ecke, sehr geil. So, das ist glaube ich die drei, ist die drei Sokrates? Ja, ne, ich glaube, ne, ich gehe mal in die Mitte, ich gehe mal hier hin. Oh, und ich renne voll weg, weil ich dachte, ja, ich dachte halt, ich renne genau hin. Zum Glück wartet er dann so lange, dass er schlecht ausspielt. Weil er war eigentlich drei gegen zwei, ne, also drei von ihm gegen... ...zwei von mir. Das war eigentlich, er stand er Dinge. Schade. Okay, oh, jetzt steht hier der Mbela, das gefällt mir nicht, deswegen machen wir kurze Posten. Oh, wieso rennst du denn weg? Klappt zum Glück wieder nicht. Sehr geil, wie der Mbela einfach wegrennt. Ich dachte wieder, Vidal, du sollst da erst mal einen Schritt gehen, bevor du schießt. Was macht Vidal? Er stoppt den Ball und schießt ihn trotzdem rein. Oh nein, ich glaube halt, ich denke halt so, ach warum, warum stoppst du denn den Ball jetzt erst? Aber ist ihm halt scheißegal, er hat die Zeit und dann machst du ihn halt einfach rein. So geil, so geil wieder. Ah, Vidal hat so einen geilen Distanzschuss. Und der ist noch nicht mal geboostet, ne. In-Form Vidal wäre so geil, aber kann ich mir halt nicht leisten. Also ich weiß gar nicht, gibt's schon eine In-Form? Ich glaube, es gibt noch keine In-Form, aber so oder so, egal ob es eine gibt oder auch nicht, ist halt zu teuer. Ich glaube, es gab einen Squad-Building-Challenge Vidal, ja genau, einen Squad-Building-Challenge Vidal gab's. Aber der war auch zu teuer. Oh, der war auch fast weg dabei. Ah, der Klick, der so beispielt. Ich wusste, dass er das macht. Aber so krass ist es da. Ich meine, solche weiten Pässe, die sind halt auch einfach extrem schwer gefährlich an den Mann zu bekommen. Nicht-Flügel-Wechsel, oh, einfach nur auf Defensiv-Spielen. Wieder lässt der Benderlepp da einfach komplett durch. Schade, war aber auch eine schwierige Abschluss-Situation. Protect the Ball macht anscheinend gern, wie es aussieht. Und er rennt auch gerne mal stundenlang mit einem Spieler rum, wie es aussieht. Och, bleibe ich mal am Ball bis jetzt, wenn ich ihn rausarbeite. Dann ist er am Ende doch wieder bei mir, sehr schön. Was macht er denn immer? Schon wieder. Schon das dritte Mal, oder so? Schade, er hat zu lange gebraucht. Platten hat, macht wieder einen guten Job. Oh, schade. Wieder einen guten Job gemacht bleiben, leider nicht im Ballbesitz. Ah, Hummels, holt die Ecke. Aber besser als nichts. Das war leider zu einfach. Das funktioniert auch noch. Mist. Das war mein Fehler, richtig dumm. Danke, Fährmann. Das Tor wäre 100% auf meine Kappe gegangen. Hätte es nicht geklappt. Also, wäre es reingegangen, so ist richtig. Schade. Ich muss aufpassen, das darf mir nicht passieren, so ein dummer Fehler beim Einwurf. Müssen wir wieder mehr auf die andere Seite spielen. Reus hat jetzt, glaube ich, schon einiges an Ausdauer eingebüßt. Nicht aufregen, aber das war wieder so ein dummer Pass. Ich verstehe nicht, warum er den da außen durchspielen will. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Das muss man nicht unter Druck setzen lassen. Stehe ich nicht, warum der Pass nicht ankommt. Muss er einfach nur direkt passen, wie ich es eingebe. Boah, den habe ich echt reingehen sehen. Ja, wir lassen uns gerade zu sehr unter Druck setzen in der eigenen Hälfte. Das darf einfach nicht passieren. Punkt. So, in der zweiten Hälfte wieder so spielen, wie am Anfang und in der Mitte der ersten Halbzeit. Und nicht wie am Ende. Eventuell wechsel ich auch die Formation, falls das so nicht funktionieren sollte. Aber momentan ist das nur meine Meinung. Ich mache einfach leichte Fehler, die der Gegner geradeaus nutzt. Das darf halt nicht passieren. Und in der Verteidigung ist er selber nicht so stark, weil er lässt einfach einen so oft außen durchrennen. Ich darf halt nicht zu hyperaggressiv anfangen, auf ihn einzusteigen. Weil das will, das hat man ja auch gerade gesehen, deswegen wartet er ja. Schön gemacht für den Vidal. War so nicht geplant, er sollte sich bewegen, ist einfach nur stehen geblieben. Ich weiß nicht warum. Wieder Glück mit dem zweiten Ball für ihn. Ja, war natürlich nicht der Plan. Ich hoffe mal, er sollte auch nicht zu ihm zurückspielen. Ich wollte nochmal zu Reus rüberlegen, war wahrscheinlich ein Fehler. Hm, eventuell mal Nähe einwechseln. Oh, Reus hat gar keinen Power mehr, ich wusste es doch. Wir haben einfach in der ersten Hälfte so viel über ihn gespielt. Das ist ein Foul. So, also wir spielen jetzt nicht so abgeklärt wie in der ersten Hälfte, also am Anfang der ersten Hälfte und das gefällt mir einfach nicht. Das meine ich halt, diese krassen Stellungsfehler, die er da über außen macht. Oh Gott, an der Nähe kommt man halt einfach... Schade. Mein Nähe bekommt man einfach nicht den Ball weg, weil er so eine krasse Körperstärke hat. Schön gemacht vom Piszczek. Scheiße, zu hoch, fuck. Aber immerhin haben wir uns dann wieder mal ein paar gute Angriffe geleistet. Oh, da hatte ich auch kurz Angst. Sonnen hat natürlich einen guten Distanzschuss. Er war schon sehr weit weg, aber es hätte natürlich funktionieren können, ey. Zum Glück. Ich hab einfach die ganze Zeit immer dieses Scheißpech, dass mein Spieler dann keinen Bock hatten, direkt einen Pass zu spielen. Wächst also auf den Bähle aus. Braucht ein bisschen Power. Das zweite Zoll hätten wir halt machen müssen. Also das läuft auf jeden Fall nicht ganz so souverän wie im ersten Spiel. Das gefällt mir nicht so. Ja, die Ecke mit... So, da steht Hummels und Bentalet, glaube ich. Dann gehen wir mal in die Mitte rein. Und dann gehen wir mal in die Mitte ein bisschen. Und dann gehen wir mal in die Mitte. Und dann gehen wir mal in der Mitte. Wir, werden uns noch etwas beinhaltet. Schön gemacht, ein Ribery. So, und jetzt ein bisschen Zeit spielt. Das Spiel dürfen wir nicht verlieren. Punkt. Oder überhaupt gar nicht erst in die Verlängerung spielen. Oh nein, wie können wir denn da als letztes dran gewesen sein? Geht mal einer ran, geht mal einer... Oh, also von den Chancen her oder von den Schüssen, die halt gefährlich aussahen, müsste jetzt inzwischen langsam mal das erste Tor geschossen haben. Vor allem das gerade eben. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo mittlerweile ein Unentschieden okay wäre. Wir hatten halt auch noch eine große Chance zum 2-0. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass der Gegner hier führen müsste oder sowas. Aber ich denke, ein Unentschieden wäre hier absolut, absolut okay. Also es wird ein leicht glücklicher Sieg, wenn jetzt nicht noch irgendwie das 2-0 von uns fällt. Hat Alexandrup bei ihm kein Boost? Oder spielt er die Spieler ohne Fitness? Also wie kann denn Alexandrup so viel weniger Fitness haben als Piszczek? Das war so eine Situation, hätte ich wahrscheinlich eher normal schießen sollen mit Manet statt... ...den Flachschuss. Schade. Aber er müsste jetzt eher abgefiffen werden. Okay, er hätte echt noch einen Angriff durchgelassen, krass. Egal, wir haben es gewonnen. Es ist wie gesagt auf jeden Fall ein leicht glücklicher Sieg. Wobei man auch sagen muss, Manet hat jetzt auch die Riesenchance zum 2-0. Der Gegner hatte einige Chancen zum 1-1, ich hatte einige Chancen zum 2-0. Es ist vielleicht ganz, ganz knapp okay. Ganz, ganz knapp okay. Aber ich dürfte mich auch nicht beschweren, wenn ich jetzt in die Verlängerung gehen würde. Das ist auch klar. Vorlagen Mali. Ach, Mali macht schon wieder die Vorlage. Nice. Ja, Manet fühlt sich immer noch gut an. Er hat jetzt leider die Chance nicht genutzt. Aber auch da muss ich halt wieder sagen, wäre wahrscheinlich der normale Abschluss diesmal besser gewesen als der Flachschuss. Aber es sagt man halt dann oft im Nachhinein so, wenn man nicht das Ding reinmacht. Gut. Gut, das war es jetzt so. Das heißt, ich werde jetzt meine League A verkaufen und werde mir wohl ein Premier League Team bauen. Weil ich dann sowieso erst mal ein paar Stunden lang beschäftigt sein werde. In der Zeit können dann halt die Spieler verkauft werden. Ja, das heißt, das nächste Mal, es ist jetzt Freitag noch, ich werde vielleicht heute Nacht noch ein, zwei Spiele machen. Das nächste Mal, wenn wir zocken, habe ich wahrscheinlich schon ein Premier League Team. Ich habe ja auch schon ein Premier League Team, aber ich glaube, von den Spielern übernehme ich einfach gar keine. Das heißt, die kann ich eigentlich auch verkaufen und kaufe dann halt einfach komplett neue. Es wird vogelwild geil. Ich freue mich sogar ein bisschen drauf, weil halt einfach neues Team und so. Und es gibt halt auch ein, zwei Spieler, auf die ich mich generell so freue. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ja, Paxes. Tschüss, dann nach oben.